Tjanan! Es ist genau zwei Sekunden bevor ich dir in die Nase kneife und dir die Unterhose über den Kopf ziehe. Kommt, Leute! Hey, Leute! Nur immer näher, immer ran, Leute! Warum denn so schüchtern? Wo gibt's denn sowas wie Verschämteschmier? Öltäufer! Vorwärts! Wer geht denn mit dem ersten Trick? Und machen gleich mal etwas Hübsches für Sie, Sir! Bitte, und da haben wir eine Giraffe! So, da hast du, Junge! Und jetzt, nein, du gehst mir auf den Wecker! Und nun? Entschuldigung, ich hab ihn vergessen! Und für dich, Söhnchen? Etwas, das zu dir brascht! Ein französischer Pudel! Bedauere, Junge, der Hund war tollwünig, den mussten wir einschläfern! Oh! Hey, wir am Ende der Show sind mein Lieblingsdreck! Ein leichtes Maschinengewehr! Ein leichtes Maschinengewehr! Das ist unglaublich! Mit diesen Kräften ausgestattet, steht es mir frei! Ein Superheld zu werden! Kämpfer gegen alles Böse, Beschützer der Unschuldigen! Verzwingere! Selks Friedens! Aber vorher? Die Sonne geht unter. Es ist fast soweit. Wir verpassen, wenn er nicht fest wird, Und das in der Abenteuerung ist für uns die Abenteuerung der Abenteuerung, und das in sie auch ausFOgnen. wenn du das in einem einen An続fall und der Abenteuerung der Abenteuerung im